Hallo, ich heiße Vasilis Vletsis. Ich bin Elektro-Ingenieur und arbeite beim Katalog seit zwei Monaten als Applikations-Ingenieur im Bereich PCB. Es ist sehr schön, in einem multikulturellen Arbeitsumfeld zu arbeiten und Kollegen und Kunden in ganz Europa zu haben. Ich liebe technische Herausforderungen, um Kunden voranzubringen und das macht mir sehr Spaß beim Katalog.